Okay, da ist wieder ein Hubschrauber. Oh, der transportiert was. Okay, da unten sind wahrscheinlich wieder Combine. Oh, guckt das hier wieder? Was ist denn? Also, jetzt mal ehrlich, ich habe das Spiel jetzt installiert auf meinem neuen Rechner. Das müsste eigentlich mutterweich laufen. Meine FPS-Anzeige zeigt aber auch 60 FPS für die Aufnahme. Also, weiß ich jetzt nicht, warum das jetzt hier so komisch langsam läuft. Wo ist er denn? Für Munition sparen. Das ist wahrscheinlich eigentlich nicht gelaufen. Ah! Da ist einer, da ist einer. Und da ist einer. Das könnten jetzt annähernd alle gewesen sein. Da vorne sehe ich schon wieder Raketen. Das macht mich überhaupt nicht happy. Wenn hier nämlich so ein Munitionskorb mit Raketen ist, dann brauchen wir auch den Raketenlager irgendwie. Und wir haben ja auch gerade schon einen Schrauber gesehen. Falls ihr jetzt im Hintergrund irgendwie Musik hört, das sind mal wieder meine Nachbarn. Die ich leider nicht abschalten kann. Und die halt einfach machen wir so weiter. So. Nichtsdestotrotz. Habe ich Angst, da hinten hinzugehen, weil ich jetzt denke, dass ein Autoschrauber kommt. Jetzt oder dem... Ach, nee. Ah, warte. Die elendlange Brücke. Vielleicht brauche ich das auch da. Das kann sein. Da habe ich irgendwie Erinnerungen. Ja, ich muss nämlich hier runter. Ähm. Gucken wir hier mal rein. Okay, cool. Das kann ich nicht nehmen. Das hier kann ich aber nehmen. So, gut. Was haben wir denn hier, Feines? Hoffentlich keine Kopfkrabben. Endlich. Die Armbrust. Oh. Wieder er hier. Ja, 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 ja. Komm her. Nicht du. So, ich kill dich so. Ich habe die Kopfkramen irgendwie kleiner in Erinnerung. Ich weiß auch nicht. Vielleicht auch das Half-Life 1 noch. Vielleicht, weil ich letztens noch ein Half-Life 1 Let's Play gesehen habe. Das könnte natürlich... Natürlich sein. Oh, oh. Ruckeln. Okay. Kein Ereignis. Einfach nur... Also, ich hoffe, das ruckelt jetzt in der Aufnahme nicht so. Das ist nämlich echt unschön. Vielleicht liegt das hier an dieser riesengroßen Brücke. Vielleicht geht da einfach die Engine ein bisschen in die Knie. So, okay. Ich gucke mal da hoch. Mit dem Auto. Theoretisch müsste ich ja noch irgendwie weiterkommen können. Aber da ist wahrscheinlich dann irgendwo eine Barriere. Und die wird mich dann wahrscheinlich daran hindern. Das sind viele wahrscheinlich. Ich weiß, aber... Ich weiß, das ist halt nicht mehr so richtig, wie das... Ach, Mann. Komm. Wie wenig Kraft einfach dieser Buggy hat, ne? Mein Gott. Dann nehme ich halt die andere Rampe. Es wäre schön, wenn du endlich aufhören könntest zu ruckeln. Das wäre echt traurig. Also, sogar hier kommt er kaum hoch. Ja, hier ist eine Barriere. Das war klar. Und da komme ich nicht durch. Gut. Also muss ich die Barrieren irgendwie ausschalten. Warte mal. Ach, nee. Das ist auch eine Barriere. Okay. Ich dachte, da kann man jetzt irgendwie mal hin. Aber nö. Dann halt nicht. So. Dann gucken wir mal hier runter. Ah, hier ist noch so einer. So. 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 Okay. Das sind Kopfkrammen. Die sind nicht lustig. Die saugen sich am Kopf fest und töten. Oh, Mann. Dieses Geruckel. Ohne Mist. Ich weiß jetzt nicht, ob es am neuen Rechner liegt. Ob da irgendwelche Inkompatibilitäten sind. Oder ob das jetzt auch auf dem alten Rechner geruckelt hätte. So. 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 Komm her. So ist fein. Okay. Hier geht's runter. Was ist hier noch? Nichts anscheinend. So. Äh. Nichts anscheinend. Cool. So. 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 Dann. So. 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 Also irgendwie... Es tut mir leid, dass es jetzt so ruckelt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aha, okay. Komme ich hier irgendwie hoch? Ach, nee, hier. Hier muss ich rüber springen. Aber hoch komme ich hier nicht, ne? Nee. Gut, ich springe erst. Nee, wobei... Ich muss ja das Vieh so oder so loswerden. Wie sagt man so schön? Kanonen auf Spatzen und so, ne? Äh, dann hole ich mir gleich mal neue Raketen. Eine neue Rakete. Und dann springen wir da rüber. So. Das war überraschend. Ähm. Ich hab mein Auto da oben stehen lassen. Na, Weltklasse. Das wird doch jetzt sonst wo landen. Okay. Ich hoffe, mein Auto überlebt's. Ist ja ein Buggy. Ich weiß nicht, ist das Auto, das ist der Überbegriff? Und Buggy das Spezielle? Oder ist Buggy auch ein Überbegriff? Weiß ich gerade gar nicht. Erstmal runter hier. So, hier kann man noch weiter runter. Da muss ich aber gar nicht hin. Äh. Komm. Hoch. Nein, hoch. Okay, spätestens hier hätte ich die Armust bekommen. Ach, und hier wird's auch gebraucht. Ja, ist, äh... Das macht ja Half-Life immer so. Zack. Ich mag die Armust. Gibt's hier noch? Ach so, hier, da oben. Das ist auch sehr interessant, wie sie das in VR gemacht haben. Bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Och, die Kopfkrabben. So, okay. Dann wieder, äh... Halsbrecherische Manöver mit, äh... Immer noch ruckeln. Och, Mann! Überall Kopfkrabben. Ähm, ne, ich glaube, der Weg hier ist sehr leichter. Du mal zur Seite. Oder ganz weg. Ich will ja nicht jetzt schon meine ganze Heilung verbrauchen, Junge. Die werde ich nämlich gleich noch brauchen. Das kann ich euch sagen. Ja, die auch. Hier liegen nicht umsonst so viele Heilgegenstände rum. Das sollte man immer... Skeptisch sehen. Muss ich hier runter, oder? Wo geht's denn hier lang? Weiter. Ja, und das ist bestimmt auch wieder Heilung, oder so. Ziel im Umkreis. Ziel im Umkreis. Mhm. Gut, dass er aufgestanden ist. Sonst sind die schon nicht getroffen. Nee, 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 ihr braucht keine Verstärkung. Hä? Hä? Wer hat denn hier gerade eine Geradasse geworfen? Mach doch sowas nicht. Ist doch fies. Muss ich da nicht irgendwie hoch? Na, egal. Vielleicht kommt das ja später. Auf jeden Fall bin ich erstmal hier drüben. Achso, hier, guck. Ich hab doch gerade schon wieder... Ach. Yep. Und es ruckelt und ruckelt und ruckelt. Und ich hab keinen Schimmer. Warum? Jetzt kann ich auf jeden Fall wieder ein bisschen Heilung gebrauchen. Ah. Siehste? Schon hat sich das geklärt. Man kommt hier später nochmal hin. So. Und jetzt geht's hier nach oben. Hier ist irgendwo dieses Energiezeug. Oh, eure Granaten immer. Das erste, was fliegt, sind Granaten. So. Und diesen Trick müssen wir öfter anwenden. Stecker aus der Steckpause ziehen. Ich speichere mal kurz. Oh, ich hab schon wieder sehr weit überzogen. Das werden jetzt zwei Folgen wahrscheinlich. Mistverfluchter. Okay. Also hier haben wir so einen Knopf. Wenn ich den betätige, geht's wieder ab. Kennt man ja inzwischen. Aus diesem Grund... So. Aus diesem Grund werde ich jetzt hier die Folge beenden. Äh, genau. Und dann machen wir in der nächsten Folge einfach weiter mit ein bisschen Action. Also, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.